Servus, wir sind's Groove Coverage und wir spielen entweder oder... Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Langschläfer. Tee oder Kaffee? Kaffee. Wenn's der Bauch zulässt, Kaffee. Bier oder Wein? Wein. Wein. Kino oder TV? Kino. Couch. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Ordentlich. Voll, voll. Früher als Teenie total chaotisch, aber irgendwann hat's klackgemacht. Voll organisiert. Mit erwachsen sein, dann? Ja, ich warte noch immer darauf, dass das erwachsen sein mehr passiert, weil Männer werden ja sieben und dann wachsen sie bloß noch. Also ich, bei mir ist es aufgeräumt, aber ich bin ein chaotischer Mensch. Deswegen hab ich so intuitiv jetzt chaotisch gesagt. Intuitiv ist immer gut. Hund oder Katze? Katze. Gar nichts. Pizza oder Burger? Pizza. Pizza. Wodka oder Gin? Wodka. Wodka. Sehr gut. Das sieht man jetzt gar nicht. Rucksack oder Koffer? Koffer. Koffer. Instagram oder Facebook? Facebook. Ja. Ja. Tube oder Festival? Beides. Beides. Feiern oder Relaxen? Beides. Zuerst feiern, dann relaxen. Genau. Microsoft oder Apple? Apple. Definitiv. Strand, Urlaub oder Städtetrip? Strand, Urlaub. Strand, Urlaub. Wir sind uns einig. Ja, Mann. Urlaub oder Party? Wenn man nach 23 Jahren sagt Urlaub, das glaubt eigentlich kein Mensch. Also Party. Zug oder Auto? Auto. Auto. iPhone oder Smartphone? iPhone. Sommer oder Winter? Sommer. Beides. Danke schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.